ich begrüße euch zu meinem kleinen video kanal worum geht es hier ich werde euch einige persönliche erfahrungen mitteilen angefangen von gesundheitsthemen über hobby freizeit wohnwagen frauen also alles so themen die den mann durchaus interessieren können und ich gebe hier einige lebenstipps preis die frage ist natürlich ob man über diese lebenstipps nachdenken kann und ihr könnt dann für euch entscheiden was ihr vielleicht da für euch rausziehen könnt vielleicht erweitert das ein bisschen euren horizont oder regt euch zum pluralistischen denken an ich wünsche euch viel spaß mit meinem kleinen kanal die videos erscheinen in unregelmäßigen abständen das heißt also nicht jede woche ein video vielleicht alle 14 tage vielleicht einmal im monat und bitte vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren ich danke euch und ich wünsche euch viel spaß ich wünsche euch viel spaß mit deinem ich wünsche euch ja